Mein Sinn, Leute, Nessikon zu Let's Play. Ich verzweifle noch. Okay, ich prob... Habe ich wieder mal ein Timing verpasst? Nee, fast. Schnell, 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 schnell! Junge, schnell! Komm, 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 komm! Oh nein, ich habe vergessen im Vorhine... Okay, gut, ähm, das Theoretische passt. Das Praktische... Naja, ich halte dann mal wieder an mir. Ich sollte mir einfach angewöhnen... Nein! Warum? Ganz ehrlich, so langsam habe ich keinen Bock mehr. Jetzt springen! Ich drücke diese Scheiß-Taste! Du kannst mir nicht erzählen, dass die fucking Batterien wieder ein Problem haben. Das Scheiß-Pad leuchtet ganz normal wie eh und je. Die Tasten sind kostenfrei. Ich esse nicht. Ich krümmel nicht. Ihr macht schon wieder nicht! Wofür habe ich die Flügel denn? Warum machst du es nicht richtig? Alter! Ey, ich habe... Ich kriege richtig die Krise, ne? Dann gehe ich einfach jetzt wieder hier lang. Weil über den anderen Weg scheint das ja nicht zu gehen, weil keine Ahnung, das Spiel mal wieder behindert ist. Oh, was ist das? Darf ich jetzt Flügel nehmen? Ja, cool. Vielen Dank dafür. Alter, ich raste aus. So. Das wäre jetzt erstmal erledigt. Jetzt habe ich wieder diese Timing-Scheiße, wo ich auch passen muss. So, wenn ich die anfange, zu zerbröckeln, dann habe ich schon was gekannt. Dreh dich schneller, Reiter! Schneller, schneller, schneller! Drühen! Ja! Junge! Ey, das ist so eine behinderte Kacke. Nee, du brauchst auch nicht diese Melodie spielen. Ich bin angepisst wie sonst was. Ja, schön, Zwischenspeicher. Juckt mich nicht. Ich bin gerade rochiger als mit Bockfors. Jetzt dreh das Scheißteil um. Bring die Kacke-Lichtquelle nach oben. Dieser fucking Ezreal. Alter. Der schuldet mir richtig was, ne? Das hier ist nicht so beschissen wie diese Kacke-Quests da von fucking Samael. Ich weiß nicht, das speichert sich doch in diese komischen Energiekugeln hier irgendwie ab, ne? Oh, nee, hätte ich schon wieder vorher irgendwas drücken müssen. Oh, Gott sei Dank, nein. Wieso kann man die nicht einfach rausreißen? Und diese gesammelte Energie mit der Energiekugel mitnehmen? Ja, jetzt geht hier der Spaß, dass es richtig los war. Weil ich nämlich das jetzt so machen mit dem Kacke-Ka. Mit dem Erfen. Timing. Dich dein fucking Ernst. Ja, es ist jetzt kaputt. So, was hab ich jetzt freigeschaltet? Außer schlechte Laune. Ja, komm, jetzt drehe ich immer ein bisschen schneller. Utopische Scheißding. Der da unten braucht gar nichts sagen. Ich warne dich, Geflügelter. Ah. Wie wär's mit... Bittschön. Ja. Och. Junge. Ich weiß, was ich machen muss. Und ich weiß jetzt auch, wofür das Teil im inneren Kreis ist. Ich weiß nur, dass mir das Ding richtig halt auf den Senkel geht. Wenn das jetzt nicht endlich mich anschießen lässt. Ja, hier. Ja, wunderbar. Endlich. Oh, Junge. Ja, die Strahlen. Ich lenke dir mal die Strahlen gleich in den Arsch. Hä? In dem Fall Arschen. Oh, ich hätte das besser abtreiben müssen, ne? Oh, ich... Ich krieg zu viel. Oh, vor allem, was ich jetzt diesen ganzen Kackweg da nochmal natschen, ne? Oh, Junge. Ich hasse mein Leben. Nein, ich spreche mit dem nicht. Ich bin ja immer noch dafür. Ich hab irgende... Nein, halt die Fresse. Irgendwelche krassen Hyperhandschuhe. Ich brauche mich nicht um meine Hände so auf. Okay? Was ich machen muss, ist einfach gepflegt diese Kugeln mit Energiegeladen nehmen und sie einfach hier hinten. Ich brauche so ein Geschüssel von Schakalaka nicht. So, ist hier außen an der Wand irgendwo dort gewesen? Ey, ich krieg... Warte mal, ich sollte vielleicht erst das Innerste mal... Die Strahlen können mich mal... Ja, nein, da war man... Der hätte ich... Okay, gut. Ganz ruhig. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Müsste ja eigentlich, aber das muss bei mir nichts heißen. Wenn ich mir irgendwas vorstelle oder versuche zu machen oder denke, es würde so passen, ist es kein Garant. Ich bin ja... Dumm wie ein Sprut. Alter, es geht immer noch nicht. Dreh dich. Das andere musst du doch auch lecken. Okay, nee, ich muss eigentlich nichts machen. Jetzt müsste da der Strahl rein. Mach ich doch jetzt! Oh, Gott sei Dank. So. Eure Rätsel sind krank. Der Rat weigert sich, das zuzugeben. Aber jene, die genau hinschauen, sehen das. Wir mussten etwas tun. Ein offener Angriff auf das Dunkle Reich würde bedeuten, den Pakt zu brechen. Was du vorschlägst, ist Wahnsinn. Asrael, das Böse verfinstert jeden Winkel der Schöpfung. Und der Himmel wartet. Der Rat bindet uns die Hände. Wer ihn in Frage stellt, zweifelt am Schöpfer. Meinst du wirklich, du weißt es besser? Der alter Freund. Weiß ich. Wenn die Siegel gebrochen sind, wird die Hölle ihre Auserwählten schicken, um den Krieg zu erklären. Ihre Anführer werden sich an einem Ort versammeln und dort... ...werden wir der Bestie den Kopf abschlagen. Die Höllenwache steht bereit. Aber das Brechen der Siegel wird den Endkrieg auslösen. Das Reich der Menschheit ist doch nicht stark genug. Die Erde wird vernichtet werden. Nein, es wird keinen Krieg geben, Asrael. Wir werden die Dunklen zerschlagen, bevor er beginnen kann. Hat super geklappt, doch voll hoher. Selbst wenn wir siegen, werden wir uns den Zaun des Rates aussetzen. Sie werden ankommen und die Siegel intakt vorfinden. Und es wird unser Wort, das Wort des Himmels, gegen das des Prinzen der Lüge stehen. Verstehst du jetzt? Die Siegel werden neu gegossen. Alle werden glauben, dass die Legionen der Hölle angegriffen haben und durch uns der Gerechtigkeit zugeführt wurden. Zum Ruhme des Lichtes wirst du es tun. Oh, Asrael, du alter Narr. Abaddon befahl, dass das letzte Siegel nicht beschädigt werden darf. Er hat es persönlich verteidigt. Bist du uns sicher? Ohne Frage. Wir haben es gewagt, die Reiter nicht mit einzubeziehen. Wir hätten uns nie träumen lassen, dass wir es müssten, bis es zu spät war. Und doch muss ich jetzt den Preis für euren Betrug zahlen. Verrat! Krieg! Finde heraus, wer daran beteiligt ist. Lass sie bezahlen! Fang mit diesem an! Nein. Na, du verweigerst dich dem Willen des Rates? Das ist dein Wille nicht, der das wartet. Du hast die Weichte des Engels gehört. Mein Dienst für den Rat ist beendet. Henry, ich würde es lassen. Wir haben dich geschaffen. Du gehörst uns? Du bist nicht fertig, bis du den Zerstörer gefunden und erledigt hast. Gleichgewicht, weißt du noch? Steh auf! Asrael lebt, bis er nicht mehr von Nutzen ist. Danach wirst du deine Pflicht erfüllen. Henry ist ein richtiger Motherfucker. Und nein, wer hätte das absehen können? Der Spasti hat im gleichen Atemzug gesagt, oh ja, das könnte die ganze Menschheit vernichten und all so ein Geschüssel. Nein! Ja, und Ultan hat er auch noch mitgemischt. Ich rabe... Ey, das ist so... Abaddon, was für ein Idiot? Nein, kommt auch keiner dahinter. Ey, das ist doch so... Schwachsinnig. Kannst du dir nicht ausdenken. Da sieht man ja, wie wunderbar das geklappt hat, ne? Und deswegen hat er auch gesagt, das Siegel wurde nicht gebrochen. Ja! Dann scheint er dann noch, wer irgendwie seine Finger... Oh, schau, jetzt hab ich mir aufgepasst. Mit im Gebälk gehabt. Hm, jetzt ist natürlich die Frage. Kann ich da irgendwo... Nee, ich möchte mit Asrael gerade echt nicht sprechen. Ich darf die Scheiße hier ausbaden! Der Quell der Seele muss verschlossen werden. Halt deine Fresse, Junge. Und du... Mann, verdammt. Du backst jetzt meine ganz kleinen Brötchen. Aber richtig kleine Brötchen. So, ich würde mal gerade gucken. Oh, jetzt ist das irgendwie nicht sehr schön anzuseehen. Abgezogen. Die mir nichts bringt, weil ich hier nicht hoch... Ah, aber da... Springen kann... Ja, aber das wird nicht unbedingt besser. Du hast deine Pflicht gebrochen, Junge. Dir kann man nicht vertrauen. Dein Wort ist nichts wert. Just saying. So, der ist jetzt natürlich hier ein bisschen schlecht, würde ich mal sagen, ne? Weil ich sehe da jetzt kein Durchkommen. Auch schon wieder Sachen, die ich nicht verstehe, ne? Das muss ich ja irgendwie als Treppe nutzen, damit ich da hochkomme. Da ist kein Segel. Oh, fick die Hände. Warte mal, erstmal hier den Absteigerin rumzugucken, was denn jetzt hier wirklich Phase ist. Das habe ich ja zum Strahlending gemacht. Das bringt ja auch nicht wirklich viel, wenn da irgendwie Außen was ist. Das sei denn, ich sehe passend, dass da das Türchen ist. Dann könnte man ja da ran springen. Ich muss irgendwie höher, damit ich da wahrscheinlich drauf kann und dann da rumlaufen. Aber das ist ja das Höchste, was ich habe. Das ist schlecht. Ja, Ezreal, dann gib mir doch mal einen heißen Tipp, wie ich hier vorankomme, ja? Weil diese Treppe ist nicht gut geschnitten. Bei meinem Ding ist auch nicht, oder? Ist mein Zug genug, dass ich da jetzt... Warte mal, wo ist denn jetzt... Da komme ich ja hier. Also, oh, der geht mal, Alter, ne? Das müsste ja auch so in der Höhe sein. Jetzt gucke ich mal gerade. Das ist ja eigentlich nicht der Fall, ne? Ne, das ist sogar eine Etappe höher. Und dann muss ich da ja auch noch irgendwie hochkommen. Ist da ein Wächterding? Oh, ihr Junge, ne? Ja, da ist so ein Wächter-Symbol, da kommen wir sowieso nicht lang. Ich brauche mal meine Map. Okay, da habe ich alles gemacht. Oh, da habe ich ein Artefakt übersehen. Kommt vor. Da habe ich ja... ...auch alles gemacht. Nee. Wie kann man hier... Ha. Ich habe jetzt aber auch nirgends nur so eine Wächter-Truhe. Also, ich habe eine normale Truhe. Okay, das ist jetzt wieder so ein bisschen... Da muss ich hin. Könnte ich vielleicht... Irgendwie... Oh mein Gott. Okay, ich habe gerade ultra krass geschummelt, wahrscheinlich. Ah. Okay. Das kriege ich hin. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich... Yes. Boah, jeder hilft mir nicht. Ach, ich bin dumm, was ist das hier? Oh. Oh. Hier war ich schon. Ja gut, das hat mir jetzt echt nicht geholfen. Ich habe überhaupt keine Peilung. Ähm. Ähm. Was war ich denn jetzt? Ich muss ja... Ja. Wo komme ich hier vielleicht... Bin ich nicht doch höher? Ich glaube doch, ne? Laber. So, okay, gut. Bin ich doch höher gekommen, als ich dachte. Ja, Taima, ich habe ja schon verstanden. Das Problem ist halt, wie gesagt, nur... ...dass ich keinen rechten Schlüssel habe. Das gucken wir uns aber jetzt trotzdem noch an. Vielleicht kriegen wir ja irgendwie so einen Hint, oder... Keine Ahnung. Ich komme da echt nicht lang. Wofür ist die Kavenzwandstufe? Oder war ich da vielleicht noch gar nicht? Da habe ich jetzt sehr gut bekommen, den Rausch. Ich glaube, wir sollten uns hier vielleicht im nächsten Park umschauen. Das heißt, ich wünsche viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.